Ein, 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 ein! Herr Bürgermeister! Wo kommst du denn nun her? Heutzendurch Wahlen. Deshalb hab ich grad noch geschwändt, meine Kreuzle machen will. Um die Uhrzehn? Wie immer kommst du zu spät. Aber in Zukunft werde ich meine Kreuzle bei wichtigen Sachen zuerst im Terminkalender machen. Was hast du denn du schon für eine wichtige Sache? Und überhaupt, wen oder was? Hättest du denn gewählt? So kurz wie Sie in unsere Wahlkabine die Bleistifte immer abbänden lassen, hat man ja nicht viel Möglichkeiten. Blödsinn! Blödsinn! Noch mehr Blödsinn! Liebe Wählerschaft, können Sie ab 7. Oktober jeden Montag 22 Uhr wählen. Was? Wen, wo, wie, wann? Wen, ha, uns beide! Wo? In unserem dritten, ab 7. Oktober, jeden Montag 22 Uhr. Hannes und der Bürgerbeister. Eine gute Wahl! Also! Musik! Das zieht sich.